Wie sähe es aus, wenn man dem Gehirn die gesamte Feuchtigkeit entziehen und es in seine einzelnen Nährstoffbestandteile zerlegen würde? Das meiste Gewicht des dehydrierten Gehirns machen die Fette aus, die sogenannten Lipide. In der restlichen Gehirnmasse fänden sich Proteine und Aminosäuren sowie Spuren von Mikronährstoffen und Glucose. Das Gehirn ist natürlich mehr als die bloße Summe seiner Bestandteile, jedoch hat jeder davon deutliche Auswirkungen auf dessen Arbeitsweise, Entwicklung, Zustand und Energieversorgung. Die Trägheit nach dem Mittagessen oder der abendliche Energieschub könnten einfach Auswirkungen des Essens auf das Gehirn sein. Unter den Fetten im Gehirn sind Omega-3 und Omega-6 die Superstars. Diese essentiellen Fettsäuren, die degenerative Erkrankungen des Gehirns verhindern können, kommen aus unserer Ernährung. Omega-haltige Nahrungsmittel wie Nüsse, Samen und fettiger Fisch sind wichtig für die Produktion und Erhaltung von Zellmembranen. Während Omega-Fettsäuren gut für unser Gehirn sind, kann ihnen der Langzeitkonsum von anderen Fetten wie Trans- oder gesättigten Fetten schaden. Proteine und Aminosäuren, die Bausteine für Wachstum und Entwicklung, beeinflussen, wie wir uns fühlen und verhalten. Aminosäuren enthalten die Vorstufe der Neurotransmitter, die Botenstoffe, die Signale zwischen Neuronen übertragen und Einfluss auf Stimmung, Schlaf, Aufmerksamkeit und Gewicht haben. Wegen ihnen fühlen wir uns nach einem Teller Nudeln müde und nach einer proteinreichen Mahlzeit munterer. Die komplexen Verbindungen von Stoffen im Essen können Gehirnzellen anregen, Stimmungsänder des Noradrenalin, Dopamin und Serotonin auszuschütten. Der Weg zu den Gehirnzellen jedoch ist schwer und Aminosäuren müssen um den begrenzten Zugang kämpfen. Abwechslungsreiche Ernährung hilft, eine ausgeglichene Mischung von Botenstoffen aufrecht zu erhalten und beugt Stimmungsschwankungen vor. Wie die anderen Organe in unserem Körper profitiert unser Gehirn von einer regelmäßigen Zufuhr von Mikronährstoffen. Antioxidantien in Obst und Gemüse schützen das Gehirn vor freien Radikalen, die Gehirnzellen zerstören, damit das Gehirn länger gut funktioniert. Ohne wichtige Mikronährstoffe wie die Vitamine B6, B12 und Folsäure wäre unser Gehirn anfällig für Erkrankungen und geistigen Verfall. Spuren der Mineralien Eisen, Kupfer, Zink und Natrium sind für die Gesundheit und die frühe kognitive Entwicklung des Gehirns wichtig. Um diese wertvollen Nährstoffe effizient umzuwandeln und zu bilden, braucht es viel Nahrung. Obwohl das menschliche Gehirn nur etwa 2% des Körpergewichts ausmacht, verbraucht es 20% der Energieressourcen. Die meiste Energie liefern Kohlenhydrate, die unser Körper in Glucose oder auch Blutzucker umwandelt. Die Stirnlappen reagieren so sensibel auf einen Rückgang von Glucose, dass eine Veränderung der geistigen Funktion ein Hauptsignal für einen Nährstoffmangel ist. Angenommen, wir bekommen regelmäßig Glucose, wie beeinflusst die jeweilige Art der Kohlenhydrate unser Gehirn. Es gibt drei Formen von Kohlenhydraten – Stärke, Zucker und Ballaststoffe. Die meisten Nährstoffetiketten fassen alle drei zu einem Wert zusammen, aber das Verhältnis von Zucker zu Ballaststoffen beeinflusst, wie Körper und Gehirn reagieren. Hochglykämisches Essen wie Weißbrot verursacht eine schnelle Ausschüttung und schnellen Abfall von Glucose im Blut. Der Blutzucker fällt und mit ihm unsere Konzentration und Laune. Hafer, Getreide und Hülsenfrüchte setzen Glucose langsamer frei, was zu einer längeren Aufmerksamkeitsspanne führt. Für die Gehirnleistung ist eine abwechslungsreiche und nährstoffreiche Ernährung entscheidend. Unsere Wahl, was wir zu uns nehmen, hat einen unmittelbaren und langfristigen Effekt auf das mächtigste Organ unseres Körpers. Bist du wissbegierig? Abonniere unseren Kanal und befriedige deine Neugier!